Ist auf jeden Fall so relativ entspannt, sage ich mal, wenn man hier langsam durchgehen kann und einen nicht so viele Viecher. Von wo denn? Jetzt sind hier unsichtbare Viecher oder wie? Ich glaube es ja nicht. Okay, das ist halt ein bisschen übertrieben, wenn hier so viele auf einmal kommen und dann so kleine, die man nicht sieht. Das ist besonders ekelhaft. Hallo, ne? Ach du Kacke, okay. Lassen wir das mit dem töten einfach. Ich glaube, das hält einen nur zu lange auf. Ich glaube, das wäre nicht effizient genug. Wobei man dadurch ja auch wieder Level kriegt, ne? Dann könnten wir jedes Mal, wenn wir hier in dem Dungeon waren, hinterher wieder verzaubern. Aber man muss auch ganz schön viel essen. Ich weiß nicht, wie es am sinnvollsten wäre. Wobei wir könnten ja auch mal. Die sind zwar noch relativ leicht, deswegen habe ich das bis jetzt nicht gemacht, aber ich hau einfach mal eine Strength Potion rein. Weil jetzt brauchen wir nämlich nur noch zwei, ja jetzt brauchen wir nur noch zwei Schläge für, also ein Vieh. Habe ich nicht getroffen. Wobei das eine ist gerade sogar so gestorben, oder? Warte mal, lass mich mal kurz hier, da. Ich will nämlich immer das Gold unten in der Taskbar haben. Aber die hier sterben ja mit einem Schlag. Das bedeutet, wir müssen die theoretisch nur treffen, bevor sie uns treffen und dann, ja sehr gut Mike, springt einfach freiwillig in Lava. Ich bin beeindruckt. Ach und jetzt kann ich schon progressen. Okay. Machen wir doch mal. Achso und gegen die Bosse haben wir dann natürlich auch direkten Vorteil, weil wir ja doppelt so viel Schaden machen. Oder so. Glaube ich. Wie auch immer. Wie lange hält das denn? Noch sieben Minuten? Hey, das lohnt sich ja richtig. Na dann kommt mal her. Zeigt mir, was ihr könnt. Wenn wir die jetzt auch mit einem Schlag töten können. Ah ne, ein Schlag reicht leider nicht. Aber zwei Schläge. Das ist ja auch eine relativ gute Bilanz. Wenn ich schnell genug bin, beziehungsweise da wäre vielleicht sogar ein Schwert ohne Knockback besser. Weil wir dann, genau weil wir dann, äh, nur, also weil wir dann direkt eine Kombo verteilen könnten. Das können wir so halt nicht. Kombos funktionieren mit einem Knockback Schwert leider nicht so gut. Ach, erstmal Headset und das aussetzen. Na? Aber geht ja trotzdem relativ schnell, also. Ich glaube, das lohnt sich mehr als, also ich weiß es nicht. Mit, äh, Strength 1 sind die halt schneller tot. Dafür mit, äh, dafür haben wir hier halt eine längere Laufzeit. Gut wäre natürlich, wenn man beides kombinieren könnte. Das werde ich gleich mal austesten, was passiert, wenn ich mir zwei Tränke auf einmal rein haue. Ob ich dann, äh, die Zeit von dem einen Trank noch addiert kriege? Oder was dann passiert? Oder ob das verschwendet ist? Weil teilweise, ich habe das auf dem Server schon mal ausgetestet. Allerdings nicht mit Tränken, sondern mit Befehlen. Und dann war das teilweise ein bisschen buggy. Dann hast du halt einfach irgendwie, mh, die Zeit nicht wirklich dazu addiert kriegt, sondern, irgendwie, keine Ahnung, ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden. Na los, wo seid ihr denn? Kommt her. Ich will euch töten. Spontieren. Eigentlich auch was? Der hier, der Block, der sieht nämlich so verdächtig nach einem Spawner aus. Oh. In my progress, ne? Okay. Die paar hier töten wir noch. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Das blämm ich doch nicht zu. Oh. Ja, hier hinten spawnt also auch. Das ist gut zu wissen. Hilfe, Hilfe. Okay. Alles wird wieder gut. Ist in Ordnung. Lasst mich doch in Ruhe. So. Progress. Hey ho. Na. Ist nur die Frage bei welchen, also an welcher Stelle wir das mal austesten. Mit dem Trinken von dem anderen Trank. Weil hier macht das auf jeden Fall keinen Sinn. Ja, da war meine Mutter gerade drin. Warten wir erstmal wieder bis hier was spawnt. Den da kann ich ja schon mal töten. Dann haben wir schon mal einen Goldteil. Guck mal. Unser Inventar füllt sich sogar. Krass. Ich finde es ja auch schade, dass die Tiere nicht springen können. Dann sind wir hier halt komplett sicher. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Naja. Lassen wir es erstmal so. Wie es jetzt ist. Und dann. Jupp. Dann können wir nicht von hier oben wieder die Viecher töten, wenn wir Glück haben. So. Also wir müssen gucken, wann es sich lohnt, das, äh, die Portion zu trinken. Ich weiß gar nicht mehr, welcher, was jetzt als nächstes kommt. Ist schon wieder eine Woche her, dass ich aufgenommen habe. So, was könnt ihr mir doch nicht antun. So, komme ich von hier aus irgendwo dran? Da komme ich dran. Pow. Richtig, äh, effizient hier sind wir unterwegs. Krass. So. Wie viele brauchen wir hier? Fünf, ne? Okay, jetzt komme ich leider nicht mehr an keinen mehr dran. Aber da sehe ich doch schon wieder einen. Boop. Kann man eigentlich die Leitern mitnehmen? Vielleicht mit... Naja, ich glaube hier, die kann man nicht abbauen. Schade, schade, Schokolade. Weil die Leitern sind ja an sich echt cool. Na. So. Du tot. Wunderbar. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Gegner jetzt als nächstes kam. Welcher Boss. Ich glaube, das war schon der mit der Lava, oder? Dann könnten wir uns direkt vorher ein Potion, äh, ein, ein, ein Feuerresistenzdrank reinpfeifen. Lass, komm. Danke. Ich darf nur nicht zu nah an der Kante stehen, sonst können die mich schlagen, wenn die runterfallen. Da muss ich immer so ein bisschen drauf aufpassen. Aber sonst, easy peasy. You made progress. Dankeschön. Na. Ja, sehr gut, dass die dann direkt in die Lava laufen. Freut mich auf jeden Fall. Dann trinken wir jetzt Feuerresistenz. Ich guck mal, ob die Strength sogar reicht. Ich meine, der ging ja relativ schnell tot, ne? Ich schieß den einfach ab, dieses Mal. Hä, warum, warum teleportiert der sich denn nicht raus? Was ist denn los mit dem? Ich verstehe den manchmal nicht. Jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, ob man hier auch über Lava surfen kann mit dem Helm. Achso, und der hat auch nur 750 Leben, habe ich gerade gesehen. Da, da ist er. Da, 750 Leben. Ha, okay. Au. Trifft er mich einfach? Was soll denn das? 750 Leben sind ja echt nicht so viel. Deswegen war das letzte Mal so schnell tot. Oh, lol. Okay. Der Schuss war gut platziert von ihm. Das Gute ist jetzt halt dadurch, dass wir Feuerresistenz haben, das schadet unsere Rüstung nicht. Sondern das bremst uns halt nur ein bisschen aus. Es dauert halt einfach mega lange, wenn wir hier wieder zur Leiter schwimmen müssen und alles. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst, easy peasy. Warte, ich mach mal kurz hier. Na, schießt du auf mich? Komm. Musst du mich auch treffen, wenn du auf mich schießt. Aha. Ach, kommst du zu mir? Das ist aber nett. Oh, ich bin ein Idiot. Ich sprint noch nicht mal, um über die Kante rüber zu kommen. Hey. Hey. Komm schon. Lass mich doch einfach mal springen. Was ist denn los mit dir? So. Geht auch. Dankeschön. Ja, wunderschön, ne? Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Und Strength läuft jetzt aus. Also mit Strength 3. Äh, 2 würde es auf jeden Fall schneller gehen. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde. Ich nehm einfach mal noch so ein Strength Prank. An sich ist das relativ entspannt. Na. Okay, hier die kleinen, die sind sowieso sofort tot. Weil die ja nur ein Leben haben. Aber hier, guck mal. Hier brauchen wir jetzt auch nur noch zwei Schläge. Wenn wir denen genug Leben abziehen, dann regenerieren die sich ja gar nicht so schnell. Das war ja vorher immer das Problem, dass wir nicht genug Schaden gemacht haben. Und deswegen mussten wir die an sich drei oder viermal direkt hintereinander treffen, um die zu töten. Das haben wir jetzt halt nicht mehr. Jetzt müssen wir so nur zweimal direkt hintereinander treffen. Beziehungsweise anderthalbmal, sag ich mal. Aber dadurch, dass die halt nicht so schnell regenerieren können, reicht die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Schlag so. Die dürfen sich halt nur nicht so weit regenerieren, dass wir die nicht mehr mit dem zweiten Schlag töten können. Also wir dürfen denen nicht zu viel Zeit geben. Aber das passiert ja eh nicht. Außer sowas passiert. Hey, da habe ich sogar gerade einen mit einem Schlag getötet. Ach, gibt es hier einen Unterschied? Ach so, wenn wir... Okay. Guck, da habe ich dem jetzt nämlich zu viel Zeit gelassen. Aber wenn wir die mit einem Critical Hit, also mit einem kritischen Treffer treffen. Dann sind die teilweise sofort tot. So wie es aussieht. Das sind... Das gefällt mir. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Also. Was kommt jetzt gleich? Jetzt gleich kommt noch dieser eine... Dieser eine Boss, der sich teleportiert, ne? Der nervige. Aber der ist ja auch nicht schwierig. Das ist halt... Das ist alles irgendwie so... So einfach. Der ist nicht mal... Ich meine, wir brauchen zwar ein bisschen, um den zu töten, weil wir den einfach nicht so gut treffen. Das Ding ist, der teleportiert sich teilweise einfach immer hinter uns und teilweise vor uns. Wenn das wenigstens irgendwie konsistent wäre... Dann wäre das ja in Ordnung. Dann hätte ich damit ja kein Problem. Dann könnte ich ja hinter mich schlagen. Also jedes Mal, wenn er sich teleportiert, könnte ich ja dann einfach mich rumdrehen. Aber dadurch, dass er sich halt einfach random teleportiert, bringt das nichts. Na komm schon. Kann doch nicht so schwer sein. Oder wir müssen uns einfach in die Ecke stellen. Vielleicht kommt der dann immer zu uns, weil er uns ja Schaden machen will. Das Ding ist nur, der teleportiert uns auch so leicht. Aber ich glaube, so geht das echt schneller. Der kommt immer zu uns, weil er uns Schaden machen will. Außer er zieht uns halt aus der Ecke raus, dann klappt das nicht so gut. Ha. Und wir haben nochmal die Brustplatte gekriegt. Okay. Und vier Dungeon Tokens. Machen wir erstmal hier alles, was wir gerade nicht brauchen in unser Inventar. Also in unser Backpack. Also so eine Rüstung haben wir nochmal gekriegt. Okay. Ein bisschen schade. Bedeutet mit den 10 Gold Coins, beziehungsweise mit den 14 Gold Coins, die wir jetzt haben, können wir den Rest der Rüstung nicht mehr kriegen. Aber da müssen wir halt nochmal Gold Coins farmen, ne? So, komm mal her. Warte mal, was kann man sich bei dir denn eigentlich noch alles kaufen? Die Augmente weiß ich halt noch nicht, wie man damit umgeht. Müssen wir mal gucken. Evermite Stuff. Die hier wäre vielleicht interessant. Müssen wir mal gucken. Aber ich würde sagen, wir rennen einfach nochmal durch. Oder holen wir uns? Wir holen uns glaube ich noch eine... Ach nee, wir haben ja gar keine Strength mehr, ne? Keine normalen Strength. Sondern nur Strength 2. Stimmt ja. Warum sind die Schilder denn eigentlich nicht beschriftet? Oder warum ist das eine Schild nicht beschriftet? Hm, komisch. Egal. Vielleicht nur ein Bug. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Okay. Da ist einfach ein Zombie gestorben und wir kriegen deswegen Punkte. Okay. Interessant. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach nochmal durch. Eigentlich sollten wir, wenn die eine Strength Potion aufgebraucht ist, switchen wir zu der anderen. Das ist jetzt ja auch kein Problem. So, dann gib mir nochmal so ein Token. Okay, wunderbar. Können wir das Ganze direkt nochmal machen. Ach, und hier sind noch Fücher vom letzten Mal. Ja, toll. Sterbst du? Guck mal, die sterben sogar teilweise. Wenn wir die hart genug schlagen, dann sterben die einfach so. So, das ist cool. Dann müssen wir uns darüber schon gar keine Gedanken mehr machen. Und dadurch, dass wir jetzt noch drei Minuten Strength haben, reicht das vielleicht sogar. Mal gucken. Und dann testen wir einfach mal aus, was passiert, wenn wir den doppelt einsetzen. Den Trank. Also, wenn wir Strength 2 oben auf Strength 1 drauf klatschen, geben wir natürlich Gefahr, dass wir was verlieren. Aber, ich meine, was soll's. Wir müssen halt mal wieder ein bisschen fahren.